Silvana genießt ihr neues Körpergefühl. Eigentlich bewirbt Silvana Wollny, 29, in ihrem neuesten Instagram-Post ja in erster Linie eine Winterjacke. Was sie drunter trägt, wird dabei aber schnell zum Hauptaugenmerk. Denn die 29-Jährige präsentiert sich in einer Leggings mit bauchfreiem Top. . Wahnsinn, wie du aussiehst. Bei der 29-Jährigen Zweifach-Mama sind im vergangenen Jahr ordentlich die Pfunde gepurzelt. Ihren Abnehmerfolg präsentiert sie dabei regelmäßig den Fans. Silvanos veränderte Lookout ihre Community aber jedes Mal aufs Neue um. Wahnsinn, wie du aussiehst wird der neuste Beitrag kommentiert. Wie hast du das gemacht? Will ein anderer Fan wissen. Wie die 29-Jährige bereits verriet, habe vor allem ihre Ernährungsumstellung dazu geführt, bei der zweifachen Mama lande jetzt vor allem Gemüse auf dem Teller. Und Silvana ist nicht die einzige Erschlankte unter den Wollnys. Auch ihre Schwestern Sarah Jane, Lavinia, Sarafina und Estefania hat das Diätfieber gepackt. Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Online gucken auf RTL Plus. Wer nicht genug von den Wollnys bekommen kann, alle Folgen von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie gibt es jederzeit auf RTL Plus zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017